seakräuter willkommen zurück hier bei uns auf dem seakroutz kanal wir stellen euch heute den t9 premium stahl zerstörer der udssr vor und zwar die neustraschimi seit update 08 3 ist dieser zerstörer in der waffenkammer für 20.500 stahl zu erstehen und es ist ein unikum in dem sinne es ist das einzige schiff was von diesem projekt jemals real gebaut wurde projekt 41 nannte sich die ganze geschichte die kill legung war 1950 der erste zerstörer nach dem zweiten weltkrieg der udssr und ja der stapellauf war 1951 in dem gleichen jahr beschloss die sowjetische regierung dann hat aufgrund des ressourcenverbrauchs und der bauzeit ja diese zerstörer nicht weiter fortgeführt werden sollten und man sagte okay projekt 41 brauchen update wird dann umgewandelt in projekt 56 fand dann eine fortentwicklung statt das besondere bei diesem zerstörer war besonders die hauptbatterielafetten die sowohl gegen luftziele sowie gegen sehziele und landziele genutzt werden konnten es ist eine abart oder einen bruder eine schwester der große boy und deswegen wollen wir den dampfer hier mit der große boy vergleichen kommen wir direkt also zur überlebensfähigkeit wir haben 20.500 treffer punkte hier als gut haben die große boy ist da 400 punkte besser bei der panzerungsanordnung die wir euch kurz zeigen wollen gibt es nichts besonderes zu erzählen wir haben hier ringsrum überall 19 mm ringsrum die aufbauten sind bei 13 mm und das ist eigentlich schon alles was man zu einem zerstörer sagen kann also lange rede kurzer sinn gehen wir direkt über und zwar ins gameplay zur artillerie das ist am ende in den große wohl geschützt was hier drauf sitzt nämlich vorne und hinten jeweils ein turm bei der große boy haben wir vorne zwei türme hinten ein turm das besondere bei der neustraschime ist diese türme können sich um 360 grad drehen sonst ist alles so weit identisch die ladezeit die turm drehzeit alles was an schaden da soweit ist der unterschied den gibt es bei der feuerreichweite da war nämlich 12,8 kilometer statt 12,3 bei der große boy kommen wir gleich direkt zu den torpedos wir haben zwei werfer a5 rohre und die torpedos die schwimmen für zehn kilometer mit 65 knoten die ladezeit ist hier bei der neustraschime vier sekunden besser und der höchst schaden eine ganze ecke wir haben nämlich 17.933 schaden und das ist ja gegenüber den 14.600 treffer punkten dann doch ein ganz ordentliche ding muss man ganz ehrlich sagen die torpedos gehen auch nicht so weit auf die sind nur 1,3 kilometer sichtbar bei der flugabwehr geht es dann schon weiter die ist nämlich schwächer als bei der große boy und auch gegenüber der chabarowsk hat die neustraschime hier einen nachteil die flugabwehr ist auf gar keinen fall schlecht für einen dd aber ja sie ist nicht so gut wie auf den anderen vergleichbaren russischen zerstörern das liegt vor allen dingen daran dass weniger explosionen in der luft gibt und wird auf der mittel- und langstreckenflag einfach weniger schaden gemacht wird kontinuierlich wenn das ist eigentlich so die hauptsache aber wir haben hier trotz alledem eben schon dreimal flugabwehr was auf jeden fall dafür sorgt das ist ihr grenzt aus meinen letzten schiffseinweisung umso mehr klamotten man sich im winter anzieht desto weniger friert man das ist so das zwiebelprinzip und hier ist es eben so umso mehr zwiebelringe ein flugzeug durchfliegen muss umso anstrengender ist es für den piloten und deswegen ist das hier schon es ist keine schlechte flag aber es ist eben nicht die beste ihr habt ja hier auch ein defensives flagfeuer drauf was diesen schaden noch mal um 200 prozent erhöht und das ist dann schon richtig geil also drei insgesamt der dreifache an schaden wenn man dazu möchte der basis schaden und dann noch mal 200 prozent obendrauf ja die sektor verstärkungen und ja ist hier 50 prozent und die zeit der verstärkung beziehungsweise für den wechsel jeweils fünf sekunden und dann geht es weiter mit der manövrierbarkeit wir sind hier bei dann 36 knoten höchstgeschwindigkeit das ist ein rückstand im gegensatz zur große boy da haben wir nämlich dreieinhalb knoten mehr bei der große boy auf der uhr der wendekreis mit 700 meter ist echt heftig also wenn ihr das ding jetzt gerade fahren seht dann wundert euch nicht wenn hier die ruder anlage so ein bisschen größere kreise dreht denn das ist wirklich anstrengend ja wir haben eine relativ lange ruderstellzeit die standardmäßig hier 4,6 sekunden beträgt hat kann man runterskillen natürlich auf drei sekunden ein bisschen mehr als drei sekunden wert das aber trotz alledem es ist man fühlt sich eher wie so ein vielleicht ultra leichter kreuzer fühlt sich vielleicht so ein bisschen an wie französische schiffe auch wenn das ding hier nicht ganz so schnell ist und am ende kommen wir hier auch mit motor boost nur auf ein bisschen mehr als 40 knoten während die große boy eben hier über 44 knoten schnell unterwegs ist eine ganz große stärke der neustre chimie ist die verborgenheit und das ist wirklich das besondere denn die kriegen wir so weit runter wie die einer schiemer kase 5,6 kilometer und die erkennbarkeit zur luft ist hier drei kilometer und wenn wir im nebel stehen und vorhin 2,7 das ist in allen belangen besser als das was die große boy eben drauf hat gucken wir uns gleich ganz direkt hier die verbrauchsmaterialien das ist eine wahre pracht und das ganz genauso wie bei der große boy außer dass wir hier eine verbesserte reparatur mannschaft haben und zwar kann die reparatur mannschaft 1,5 prozent der gesamtreffer punkte schiffes pro sekunde wieder herstellen in summe 307 punkte ja das ist also wirklich ultra weil die große boy kann nur 0,5 prozent punkte wieder herstellen und hat damit nicht so eine so gute überlebensfähigkeit wie euer schiff ist also wirklich ein geiler wert den ihr da habt dazu habt da eben eine unbegrenzt einsetzbare chance begrenzungsteam dann habt ihr nebelwerfer der standardmäßig ist also nebelwand dauer sind 97 sekunden aus wirkungsdauer das verbrauchsmaterial 20 sekunden das defensive flagfeuer hatte ich eben schon erwähnt der explosionsschaden und der durchschnittliche schaden der flugabwehr wird um 200 prozent erhöht und dann haben wir hier eben den motorboost drin der die geschwindigkeit um 8 prozent steigert und 120 sekunden aktiv ist davon habt ihr dann zwei auf ladung ihr wisst premium schiff ich würde euch auf jeden fall mal die premium verbrauchsmaterial empfehlen ja also motorboost hat zwei auf ladung reparatur mannschaft 2 defensive flagfeuer 4 nebelwerfer 2 und das sind jeweils die verbrauchte premium varianten heißt am ende wenn ihr inspekteur drin habt dann kriegt der überall noch mal eine ladung dazu was kann man jetzt an verbesserung in diesem schiff hier denn ja empfehlen ganz vorne ist ganz klar die hauptbewaffnungsmodifikation 1 ihr habt die hauptbatterie und ihr habt torpedowerfer die werden in den beiden dingen quasi verbessert sie fallen weniger häufig aus und wenn sie ausfallen wenn sie schneller wieder repariert und dann kommen wir schon in slot 2 denn slot 2 hat eine motorboost modifikation oder eben eine antriebsmodifikation ich würde euch auf jeden fall wenn ihr die motorboost modifikation habt die motorboost modifikation empfehlen da die dafür sorgt dass ihr dann drei minuten lang ja mit so einer hohen geschwindigkeit also unterwegs sein können das ist einfach geil deswegen bauen wir das hier ein alternativ wenn ihr die motorboost modifikation eben nicht habt würde ich euch empfehlen hier die antriebsmodifikation einzubauen weil selbst wenn ihr ja euer ruder wenn euer antrieb ausfällt kann es bringt nichts dass euer ruder noch funktioniert ja darum immer die antriebsmodifikation nehmen das ist immer sinnvoller weil ohne vortrieb bringt das ruder eben gar nichts so dann in slot 3 gibt es dann zwei möglichkeiten entweder baut ihr die flak bewaffnungsmodifikation ein um mehr explosion in euren in eurer flak verteidigung zu haben jeweils zwei auf der lang- oder mittelstrecke oder ihr baut eben die zielsystem modifikation ein die den torpedowerfern und den hauptbatterien hilft meiner meinung nach die bessere wahl da ihr die torpedowerfer einfach schneller drehen könnt und die streuung der hauptbatterie granaten einfach abnimmt das ist bei zwei geschütztürmen ja sowieso recht armselig die geschütztürme in dem sinne von der feuerkraft her weil es eben nur zwei sind die bessere wahl ja ihr habt ihr immer noch ein nebel und wenn ihr euch nicht allzu weit von einer eigenen gruppe entfernt habt ihr eine vernünftige flak ihr habt sie ja so auch schon und war dann eben ja in flugzeugträger gefechten eher vor dem team so dass ihr euch wieder zurückfallen lassen könnt und nicht so ein primäres ziel seid so dass ihr flak abverteidigung von euren kollegen bekommt wenn ihr einen flugzeugträger loset spiel habt also wo keiner dabei ist da könnt ihr euch dann schön stealth wie so eine schiemerkase eventuell durch die gewässer bewegen und da eure tops unterbringen das macht nämlich wirklich laune mit den teilen also dann kommt was zu slot 4 hier für mich die ganz klare wahl steuer getriebe modifikation wir gehen dann runter von 4,6 sekunden nämlich auf 3,7 sekunden das ist ein wert der ist immer noch nicht spitzenmäßig aber ganz okay der teil an sich ist sowieso relativ breit und ist relativ behäbig also große schnelle wendungen könnt ihr mit dem schiff auf jeden fall nicht erwarten in slot 5 ganz klar datansystem modifikation 1 modul einbauen damit ihr von der sichtbarkeit weiter runter kommt und in slot 6 meiner meinung nach die sinnvollste ist hier die torpedo werfer modifikation weil ihr einfach 15 prozent an nachladezeit spart ihr habt jetzt 125 sekunden wenn ihr alles auf torpedo reload setzt dann kommt ihr nachher bis auf 93 sekunden runter und das ist schon eine ganze ecke an zeit die da sparen können und das ist nun mal die stärke der neustraschimi dass ihr torpedos einsetzen könnt die relativ schnell sind die kommen zwar in anführungsstrichen nur zehn kilometer aber das ist schon gar nicht mal so ein schlechter wert radar ist auch nicht dauerhaft da das heißt ihr könnt gut nutzen auch gegen schiffe die auf euch zu fahren möglicherweise das ist schon eine ganz angenehme entfernung gibt gibt da definitiv schlechtere torpedo werfer darum wird ich hier die torpedo werfer boosten und nicht die hauptbatterie alternativ dazu gibt es auch hier natürlich die flack bewaffnung die ihr benutzen könnt um euren schaden weiter zu erhöhen oder eben dann die hauptbatterie die dann die nachladezeit zwar verringert aber die drehgeschwindigkeit der türme auch verringert das heißt die drehen nicht mehr ganz so schnell um 360 grad macht sich bis jetzt für mich in gefechten nicht so bemerkbar also man kann das durchaus gillen ohne dass ihr deswegen ja probleme habt die türme im ziel zu halten das ist definitiv mal nicht so deswegen das ist so ein bisschen eine philosophie frage wollte ich gegen flugzeuge verteidigen können wollt ihr eher eure hauptbatterie benutzen oder wollte eben die torpedo werfer benutzen ich würde euch von hause aus empfehlen die torpedo werfer modifikation einzubauen dann geht es weiter mit dem äußeren und zwar bekommt ihr zu diesem zerstörer natürlich eine tarnung dazu die typische typ 10 tarnung typ 19 entschuldigung erkennbarkeit zu wasser minus drei prozent streuen der granaten plus vier prozent schiffswartungskosten werden um 20 prozent reduziert und die ep je gefecht die ihr bekommt ist um 100 prozent erhöht das ist natürlich ein ganz wichtiger bestandteil unseres tarnsystems und deswegen kommt die tarnung hier natürlich rauf und das nächste ist welche signale sind denn sinnvoll ist ganz klar ich würde hier nicht ihr vereskeln auch wenn es hier sinnvoll sein kann aber mit ihr seid nun mal hauptsächlich ein torpedo zerstörer aus meiner sicht ja ihr könnt viele varianten abdecken aber aus meiner sicht ist die neue schiene eher ein torpedo zerstörer und deswegen kommt india x-ray rauf victor lima um die brandwahrscheinlichkeit für die paar geschosse die ihr habt zu erhöhen und ganz vorne natürlich juliet whisky unavon um die wassereinbruch wahrscheinlichkeit noch weiter zu pushen dann könnt ihr november echo setter 7 rauf setzen um eure flag zu verstärken ein paar prozentpunkte und dann geht es unten weiter in der zweiten reihe da haben wir dann die november foxtrot um die verbrauchsmaterialien für euer schiff schneller wieder vorbereitet zu haben um fünf prozent dann gibt es natürlich sierra mike um die höchstgeschwindigkeit des schiffes zu pushen auf 37,8 knoten sind wir dann nämlich schon und dann gibt es natürlich india delta ihr habt die super geile reparatur mannschaft ihr kriegt jetzt 20 prozent mehr und habt dann ja noch mal eine ganze ecke an treffer punkten die ihr wieder herstellen könnten mehr zur verfügung ich gucke gerade kurz nach und zwar sind es dann 369 punkte die ihr dann pro sekunde wieder herstellen könnt ein hammer wert also das ist wirklich eine ganz tolle sache dieser reparatur mannschaft konnte man in meinen gefechten doch echt war eine tolle erfahrung dann einfach wieder ich sag mal so ein drittel des schiffes teilweise wieder herstellen zu können wenn man gebrannt hat und so eine sache und dann als achte flagge würde ich hier juliet charlie empfehlen um die detonation eures magazins einfach auszuschalten sozusagen dann habt ihr acht flaggen vergeben ob ihr alle so vergeben möchtet müsst ihr dann wieder individuell entscheiden wenn ihr irgendwelche erfahrungssachen sammeln müsst oder irgendwie kreditpunkte verdienen wollt auf jeden fall ist das die optimale skillung an signalen aus meiner sicht und dann könnt ihr natürlich noch flaggen draufsetzen wie ihr das eben wollt kommen wir zum kapitän den ihr hier einsetzen könnt meine wenigkeit hat hier einen 19er kapitän zur verfügung und in der ersten reihe solltet ihr euch entscheiden entweder auf vorrangiges ziel oder auf beschussalarm zu gehen je nachdem wie eure vorliebe sind wenn ihr dann weitere punkte zur verfügung habt dann geht es mit letzter anstrengung natürlich ein ganz klarer dd skill in slot 4 in slot 3 solltet ihr dann also in der reihe solltet ihr dann den inspektor benutzen weil ihr einfach so mörderisch viele verbrauchsmaterialien habt die ihr alle einzeln individuell nutzen könnt die gibt es auch halt nicht im austausch statt ihr für defensiv flag vorher noch mal hydro einbauen könnt oder solche sachen ihr habt diese vier stück zur verfügung und die sind einfach total genial deswegen inspektor rein und dann kommen wir schon zur vierten reihe da solltet ihr zuerst den tarnungsmeister skillen und dann habt ihr zehn skill punkte vergeben wenn ihr denn weitere skill punkte habt dann macht es für die neustra schimi ganz viel sinn funk ordnung zu benutzen ihr seid gegen viele dds einfach ganz power mäßig unterlegen ihr könnt nur gegen die bestehen weil ihr eben eine reparaturmannschaft habt und deswegen ich würde mir diese reparaturmannschaft immer lieber aufheben für ja bestimmte situationen wo man eher mal ein bisschen risikohaft fährt oder um noch die torps abzuwerfen solche sachen darum funk ordnung das hilft euch einfach gegebenenfalls die feinde zu vermeiden oder zumindest vorbereitet auf den kontakt zu sein und das ist für die neustra chemie überlebenswichtig dann aber 14 punkte vergeben und ich würde dann in der dritten reihe die torpedobewachungskompetenz skillen um noch mal zehn prozent ladezeit rein zu bekommen und dann hier oben hier den adrenalin rausch weil der ja auf die torpedowerfer und auch auf die nachladegeschwindigkeit der hauptbürgerschütze wirkt und dann haben wir 19 punkte verteilt gut und dann kommen wir schon zum pro und kontra bei diesem dampfer meiner meinung nach hat der teil eine sehr sehr gute verborgenheit das ist eine ist ein riesen riesen vorteil bei diesem schiff dann gibt es den torpedoschaden der sich sehen lassen kann der ist jetzt zwar nicht auf schimmer niveau aber er ist für russische dds ziemlich geil und auch auf jeden fall mal im vorderen mittelfeld wenn nicht sogar im vorderen drittel der treffer punkte vorrat des dds hier hat es auch in sich der ist besser als viele t9 zerstörer ihr habt da fast immer irgendwie einen vorteil und teilweise sogar besser als viele t10 zerstörer also in der beziehung wow und hatte ich hier noch als vorteil erachte ist einfach die anzahl der verbrauchsmaterialien ist zwar genauso wie bei der große wohl aber es ist einfach gegenüber anderen dds noch mal was besonderes als kontra ganz klar die hauptbewaffnung die hier probleme macht natürlich ist sind die geschütztürmer ihr habt nur ein vorne ein hinten ihr habt zwar jeweils zwei rohre drin aber es ist natürlich eine ein weiter winkel den diese türme haben einfach ja weil es einfach nur vorne und hinten eine halt ist dann ist das schiff natürlich nicht besonders wendig also fühlt sich eher an wie wie ein kreuzer was ihr hier fahrt wie wie ein ultra leichter kreuzer vielleicht aber ist der wendekreis ist schon ekelhaft kann man schon sagen das fühlt sich wirklich besonders doll an dann die torpedoreichweite die teilweise auch hervorder herausfordernd machen kann gerade wenn viele radarschöpfe dabei sind da die torpedos sinnvoll einzusetzen also kann ein großes kann ein großes problem werden man muss dann halt wirklich die inseln benutzen und dann eins nicht vergessen ihr habt auch immer noch ein hauptgeschütz ja was ihr benutzen könnt ihr kommt damit 12,8 kilometer und damit seid ihr auch außerhalb der radar reichweite von der russischen kreuzern also das ist noch da aber beschneidet eben die neustraschimi in manchen gefechten deswegen die torpedoreichweite könnte meiner Meinung nach roma ein zwei kilometer noch geiler sein aber okay damit müssen wir jetzt leben und im vergleich zu anderen russischen dds hier die schlechtere lack bewaffnung die habe ich eben als noch als kontrapunkt festgestellt wer jetzt diese neustraschimi sich holt muss sich bewusst sein dass das ein dd ist der ist irgendwie das fühlt sich erstmal alles ein bisschen merkwürdig an das ist halt ein träge schiff in gande in ganduellen eher unterlegen und ja man muss damit fahren lernen das ist wirklich es ist wirklich speziell auch wenn das vielleicht im ersten moment gar nicht so auf den einen oder anderen wirkt das muss man einfach sagen ich persönlich habe das schiff jetzt hier zwar lieben gelernt weil es mir zur verfügung gestellt wurde in diesem account hier oder eben gelernt ja ich habe mich damit angefreundet sagen wir eher so ich würde aber dafür wahrscheinlich nicht 20.500 stahl zumindest im jetzigen zeitpunkt investieren um diesen dd unbedingt zu bekommen so und damit sind wir schon am ende unser schiffseinweisung hier zur neustraschimi ich hoffe das neue kompaktere format hat euch freude bereitet nebenbei auch mit dem gameplay und den technischen daten noch meine einblendung wenn dem so ist lasst mir gerne kommentar da einen daumen nach oben sollt ihr uns noch nicht abonniert haben würde mich sehr freuen wenn ihr das jetzt tun würdet auch die glocke drücken damit ihr mitbekommt wenn neue videos online gehen prinzipiell freut mich auch immer über konstruktive kritik also wenn ihr etwas habt was jetzt nicht gut dargestellt war eurer meinung nach was ich vielleicht auch vergessen habe oder wie dann einfach unten in die kommentare rein vielleicht findet ihr die alten modelle die alten formate einfach ein bisschen cooler weil sie noch ausführlicher waren da waren die hervorstellung ja 40 minuten lang wir sind jetzt gerade mal bei 20 minuten und ja ich würde gerne mal wissen wie euer feedback dazu ist in dem sinne ich wünsche euch eine schöne zeit und bis zum nächsten video hier bei uns auch im siekraut kanal tschüss bis zum nächsten mal